Unsere Freizeitgestaltung ist sehr stark vom Sport und körperlicher Belastung geprägt. Hierbei wirken große Kräfte auf die unteren Extremitäten, deren Gelenke wie Hüfte, Knie und Sprunggelenke. Und letztlich werden diese Kräfte über die Füße aufgenommen. Hier gilt es ganz klar, das Risiko von Überlastungsschäden so weit wie möglich zu reduzieren, indem die natürliche Bewegung unterstützt und gleichzeitig eine mögliche Fehlbelastung verhindert wird. Dazu bieten wir Ihnen für fast jede Freizeit- und Sportart die passende Einlage an. Von Around-Sport-Einlagen, Laufeinlagen, Fußball-Einlagen, Hallensport-Einlagen, Langlauf-Inline-Skate-Einlagen, Snowboard- und Skieinlagen, Wandereinlagen und Outdoor-Einlagen, Tennis- oder Badminton-Einlagen, Tischtennis- oder Squash-Einlagen, Fitness-Sport-Einlagen, Radsport-Einlagen oder Golf-Einlagen. Und das alles von namhaften Anbietern wie Spenko, Pedag, Sunbed, Formthotix, Softsole oder Shine. Beachten Sie auch hierzu auf der linken Seite den Navigationspunkt Kategorien Sporteinlagen.